Ach du Scheiße! Okay, Broken Arrow, Broken Arrow! LMO Position einnehmen! Willkommen zu Infection Free Zone Frontlinie Edgowen im großen Stadtteil Hennef. Im großen Stadtteil Hennef, ja genau so. Wedding Orders. So jetzt müssen wir dringend wieder Looten fahren, wir haben nämlich keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So, wir werden jetzt mal nochmal Benzin plündern, oder? Zwölf. Oder pass auf, wir machen mal das hier. Also. Gucken wie das funktioniert. Wir haben noch ein paar Einkaufsläden. Ich überlege, ob ich jetzt einen zuhause lasse. Oh ja, lass ich auch. Ach du Scheiße, die wollen's wissen. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Wir sind nur zu dritt. Okay, okay, wir müssen doch noch einen zurückholen. Den hier. Ach guck mal, hier sind noch über Radar. Da und da. Wir haben noch eine andere. Es wird Tag, aber jetzt gehen die hoffentlich nicht in unsere Gebäude rein, das wärs ja. auf mein Weg. No more to find. No more to find. Come up and burn your keep. There are some infected around. Roger. Das wärs jetzt gewesen, wenn die noch gefressen werden. So, wir müssen jetzt mal heile Gännchen. Und nochmal einen Ersatz. Okay, direkt mit AK. Geht doch. Ich weiß nicht, ob ich da rein chargen will. Alter, das sind noch viel zu viele. Egal, los geht's. Ich probier's mal. Ich geh mal da erst rein. Ja, wir müssen noch mehr Türme bauen. Da hin. Da hin. Und wir brauchen jetzt mal hier ne Tür. Äh, hörst du das Tor? Machen wir so. Ich hoffe, das hält hier. Hoffen, die schaffen die das. Geil, guck mal, haben die Fennig gelootet. Dann können die schon mal wieder zurück. Auf zurück, ihr Lappen. Das Auto müssen wir mal unbedingt tauschen. Scheiße, die sind ja überall da unterwegs. Sehr gut Holz. Wie viel Holz haben wir? 30. Wir müssen weiterhacken. Weiterhacken. Okay, okay. Okay, okay. Das wird schon werden. Keine Sorge. Oh Gott. Okay, der Turm ist fertig. Ne, fast. Aber der kriegt auf jeden Fall Knarren. Wenn wir überhaupt zu viel haben. Wir müssen eigentlich Knarren bauen können. Das wäre super. Das Ding ist, die kommen meistens von hier. Boah, guck mal, wie viele da sind. Was sind das denn für Leute? Horde. Dominanter Typ. Alpha Male. Oh ja, kenn ich. Bin ich auch. Ich bin ja sowas von Alpha. Der Begriff wurde noch nicht mal erfunden. So Alpha ist der. Alpha Omega. Omnipräsent. Alpha Omnipräsent. Oh ja. Der beste Alpha. Okay, so Auto. Ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt wird es aber bald Nacht. Jetzt gehen wir schon mal da rein. Essen haben wir 16. Damit wird er gekocht. Und das müssen wir jetzt auch kochen. Gut, dann haben wir jetzt nochmal 4. Dann haben wir jetzt wenigstens mehr Speisen, die gekocht werden. Warte mal, es fehlt aber ein Drup. Äh, Drup. Okay. Gehen wir auch mal da runter. Siehste? Und jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Alarm. Warum? Gott sei Dank sind wir da alle reingegangen. Alter. Haltet Stand. Beschützt euren Anführer. Ich will mein Leben nicht opfern. Aber dafür seid ihr da. Oh Gott, das Gebäude. Guck mal, wie kaputt das schon ist. Ach du Scheiße. Das waren glaube ich diese Alpha Males. Alpha Mates. Alter. Okay, jetzt müssen wir... Es ist schon... Es ist schon kurz vor 9. Hi there, Operator. What are you doing, mate? I know how it sounds. Then we did you some wrong, but... I've got nobody else to call. And shit hit the fan. Was willst du? Shit hit the fan. Well, to put it lightly, we're surrounded at. These infected jack shits are already inside and we're stuck in the last room. We won't hold out for long and none of my boys can come help, so... Ach krass. Ähm, warum sollten wir dir helfen? Ja, wir helfen denen. Schließt euch an. Aber wie sollen wir dann leben? Ihr könnt nicht anders. Ihr solltet sterben. Ihr könnt nicht anders. Ihr könnt nicht anders. Okay, wir kommen. Das ist schon eine Falle. Allein die Antworten, die ich... Ich muss nur aufladen und dann geht's los. Alle nochmal aufs Klo und dann geht's los. Habe ich noch genug Munition? Ja, habe ich noch. Alles aufgeladen. Sehr schön. Warte für action. Let's do it. Operator. Roger. Roger. Reporting. Going down. Mh. Bh. Bha. 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 muss verteidigen. Sonst haben wir den Salat. Du magst keinen Salat? Doch, ich mag Salat. Okay, nee. Wir fahren einfach weiter. Einfach umfahren. Ja, sehr gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wollt ihr das? Ich höre super viele Zombies hier irgendwie. Okay. Okay. Okay, okay. Es wird immer mehr Mikro-Management. Man muss echt aufpassen. Okay, genau. Wir nehmen das Gebäude. Jetzt gehen wir da hin. Okay, jetzt das halten. Okay, sehr gut. Ich gebe jetzt mal nur eine hin, weil wir wissen, wie das enden kann. Sonst... Ich mache hier nochmal ein Save. Man weiß ja nie. Warum sollten die mich denn jetzt noch angreifen? Ich habe denen doch das Leben gerettet. Aber man weiß ja nie. Menschen halt. Oh Gott, was ist jetzt los? Ihr könnt gehen. Bug Report. Schreibt wieder. Ihr könnt gehen. Ich sage einfach, die sollen gehen können. Gegen einen Gefallen. Du schimmst einen großen Gefallen. Und es wird dich toll zu stehen kommen. Mal gucken, was das uns bringt. Okay, wir müssen jetzt irgendwo hin, damit die mich nicht nerven. Machen wir mal die paar Häuser hier leer. Und dann geht es wieder nach Hause. Die müssen wir jetzt auch mal weg machen. Ja, sehr gut. Guck mal, da sind noch 5 für Essen drin. Und das auch noch eins. Dann holen wir das jetzt auch mal, damit das nicht nervt. Warte, da war doch irgendwas mit dem Gebäude. Warte mal, ich hab's durch. Das war ja dann irgendwo in einem anderen Gebäude drin, ne? Aber das müsst ihr jetzt ja nicht mehr triggern. No more to find. On my way. Roger. Going there. Clear. Reporting. Search done. There's nothing left. Roger. Building clear. Okay, dann mach ich mal schnell, aber das ist gefährlich. Okay, ich glaube ich muss weiter diese, die großen Sektoren plündern. Ich muss jetzt, ich muss auch versuchen. Ja, dann fangen wir auch mit dem zurück. Dann werden dann zwei Pistolen gefunden. Also, das ist fertig. Ähm, wie viele Marksteine haben wir noch? Würde ich gerne so machen. Ja, dann kommt hier noch, äh, noch ein Turm hin. Eigentlich brauchen wir viel mehr Türme. Ich mach hier zwei Türme hin. So, oder drei Türme. Ich meine, wir können ja Bögen schützen, Böö, Bögen schützen da rein machen. Ne, machen wir da zwei, weil da müssen ja auch Leute rein. Ähm. Kochen, kochen ist fertig. Wir haben immer noch sehr viel Korn. Und dann werden wir jetzt noch mehr davon bauen. Und zwar machen wir, äh, nochmal zwei. Machen wir erstmal noch ein Kochhaus. Und dann wird das schon hinhauen. Es wird hinhauen, wir glauben dran. Okay. Ist halt sehr gechillt. Es ist immer sehr schwer, die besten Anfangsszenen zu bekommen. Deswegen werde ich manchmal das einfach skippen. Weil es ja gleichbleibend immer bleibt, meistens. Das ist mir die Kantine noch reparieren. Ist mir gerade so eingefallen. Gut, dass ich immer daran denke. Wir sind voll, oder? Scheiße, wir sind voll, glaube ich. Ne, kann nicht sein. Ich glaube, der... Doch, ist alles gut. Okay, okay. Dann machen wir das Auto mal leer, weil das ist, äh... Nee, es ist ziemlich im Arsch. Aber wir können da sonst nichts machen. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Das Auto ist checkt. Das Auto ist auch noch okay. Und, äh, running out of resources. Holz natürlich. Das ist natürlich immer noch ein Riesenproblem. El maximo problemo. Jetzt im Handel. Ich will jetzt nicht zu weit fahren. So. Ja, das Auto geht gar nicht. Wenn das zurück ist, dann, äh, müssen wir das auf jeden Fall, äh, tauschen. Warte mal, das sind zwei Autos? Wo ist denn das dritte? Die sind auch da. Gehebe damit auch mal zurück. Let's do it. Na toll, super. Ein ganz normaler Tag in Hennef. Okay, da kommen die Säcke. Oh, yeah. Oh, man. Ich komme einfach zu nichts. Ich brauche die ganze Zeit essen. Und dann kann ich auch mal wieder weiter rausfahren. Aber so nicht. Scheiße. Wir brauchen vier Ressourcen. Auf mein Weg. Roger. Receiving. Let's do it. Roger. On my way. Roger. Waiting orders. Okay. Waiting orders. On my way. Schon wieder eine Nachricht? Oh, you guys are pretty tough, goddammit. I thought my men would make sure work you view. Run, I lost them. Legt euch nicht mit uns an. Wir haben euch besiegt. Hat der denn? Das ist jetzt nur Mathe. Hey, guck mal das. Haben wir das falsche Auto getauscht? Und das ist ein neues Auto. Ja, wir nehmen aber das mit und fahren hin, damit das da stehen bleibt. Okay, los geht's. Fahren wir ein bisschen jetzt schon los. Ein bisschen langsamer. Es wird schon gut gehen. Keine Sorge. Wir glauben dran. Wir werden nochmal ein paar Gebäude abreißen, glaube ich. Also die Garagen hier. Scheiße. Sekunde. Ah, läuft. Keine Sorge. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was haben wir denn hier? 20.58 Uhr. Oh, Gott sei Dank. Eine Minute vorher. Oh, da müssen wir mal rennen, ey. Scheiße. Keine Sorge. Das war ein kalkuliertes Risiko. Kalkuliertes Risiko. Ohne Gleichen. Der unfassbare allgemein Händchen. Ja, wir sind doch gar nicht losgefahren. Gott sei Dank. Gut, dann warten wir, bis die Nacht vorbei ist. Ich muss eigentlich auf das Heulen hören. Dann weiß ich ja, ob die kommt. Die Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Okay, dann warten wir. Archie. Archie, dann leg dich hin. Genau, das haben wir auch schon. Die müssen aber dann jetzt kommen. Ich meine, ich bin dann da hochgefahren und dann... Komm schon, komm schon. Da kommen sie. Alter, das ist eine Hundinvasion. Die wollen Leckerchen. Leckerchen. Die Leckerchen-Invasion. Wo ist die Tür noch auf? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, dass ich die nicht essen kann. Hund, schmeckt gut. Okay. So, jetzt können wir aber los. Ich speichere mal hier nochmal ab. Man weiß ja nie. Nein, ich spiele immer Iron Man Mode. Natürlich, ich lade nie. Das ist alles First Try. Hä? Da ist noch was drin gewesen. Nächster Freundchen. Los, hol dir den neuen Kombi. Der Kombi 3000. Kampfgruppe Jockel. Auf dem Weg nach Volleyworlds. Fuckedoodle du. Und los geht's. Räuber, Diebe, sind schon auf ihrer Spur. Doch zwei ganz lieben. Entschuldigung, ich hab das falsch. Jetzt bin ich auch schon wieder raus. Das haben wir 100%. Ich meine, wir können auch mal da hinfahren. Weil da haben wir eine gerade Strecke zurück. Wir haben das jetzt hier vollbracht. Was ist mit dem los? Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Das Lustige ist, das hier ist nur ein Feldweg. Das hier ist wirklich nur ein Feldweg. Und da fahren die lang. Warum fahren die nicht einfach hier so in die Zone? Das ist der Lancelot aus Pacific Drive. Das Auto Wasser steht. Das ist gepimpt bis zum Maximum. So, jetzt sind wir zeitig losgefahren. Haben alle Pinn nochmal Pipi gemacht. Und los geht's. Was hab ich denn jetzt gemacht? Need one resources. Ja, wir haben nicht mehr so viele Leute übrig. Die arbeitslos sind. Wir haben auch zu viele Felder besetzt. Okay. Yeah. Und da geht der Tag schon vorbei. Ach ja, ist das nicht schön. Ach, das ist auch 100%. Wann hab ich das denn gemacht? Achso, da ist wahrscheinlich gar nichts drin. Das ist wahrscheinlich gar nichts. Dann gehen wir mal nach Söven. Hier ist Golfplatz. Ja, die gammelt aber nur da rum. Ja, das ist alles sehr ärgerlich. Ich glaub, die Werkzeuge kann ich mal nehmen. Es sind nur drei. Wie gesagt, das ist ein Bauernhof. Ziemlich cool. Jetzt hab ich mich grad erschrocken. Nee, nach Hause. Und fertig. Jo. Also hier findet man eigentlich am meisten. Jetzt rufen wir alle zurück. Wir haben zwei Forschungen wieder. Ähm. Ist die Frage, was ich als nächstes mache. Ich glaub, wir machen Chemie wegen diesem Pulver und Munition. Weil ich glaub, Munition ist wichtiger als... Obwohl, wir haben genug Munition, aber... Kann ja auch sein, dass wir auf einmal nicht genug Munition haben. Hier ist die Wippmoner Straße. Das ist voll die Kurve hier. Was ist denn jetzt los? Nee, du sollst nach Hause. Wie gesagt, zurückkehren, nicht zurückbringen. Okay. Alles gut. Wir missen Resourcen. Okay. Oh. Heil, Heil, Gänzchen. Auf mein Weg. Heile, Heil, Heil, Gänzchen. Oh ja. Oh ja. Okay, es geht los. Ich meine, das ist... Das ist... Das ist... Okay. Äh. Sollen wir mal nach da? Da sind wir nämlich auch noch bei 0% machen wir. Ist ja auch eigentlich ziemlich nah dran. Ah. Komm, gehen wir die Raid mal angreifen mit der Truppe. Der ist wohl da eine. Das war's schon? Ne. Okay, jetzt kommt schon wieder ein Raid. Äh, ne Horde. Lol. Bring ich die nochmal zurück? Ich glaube, wir fahren jetzt nochmal zurück mit den anderen. Ich glaube, ne Horde kommt doch jetzt nicht, oder? Ich meine... Eine Gruppe ist es nur. Eine Gruppe. Wir schaffen das schon. Sehr schön. Okay, läuft. Es läuft. Es jubi läuft. Ach du Scheiße. Okay, broken arrow, broken arrow. LMO Position einnehmen. Oh Gott, das können wir nicht mehr vertuschen. Oder? Soll ich... Ne, wir müssen zurück. Okay. Ach du Scheiße. Ich brauche hier noch einen Turm, glaube ich. Aber guck mal, wie weit die schießen. Okay, dort die Mauer kommen sie auf jeden Fall. Oh Gott, ein Zombie-Durchbruch. Das ist die Zombie-Durchbruch-Sirene. Oh Gott, das ist nicht gut. Auf ins Haku. Rückzug! LMO Position einnehmen! LMO, LMO! Oh Gott, das können wir nicht mehr vertuschen. Von wem sollen wir es vertuschen? Es gibt keine Menschen mehr. Oh, das wird schwer. Wir fahren durch. Durchbruch, Durchbruch! Die Verstärkung ist da. Lanze schlöt. Sehr gut. Ach ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Reparado. Ich meine, das müsste auch so funktionieren. Okay. Yo, Essen! Und da kommt der ganze, der Mob. Guck mal, das funktioniert jetzt ganz gut. Wir haben den Dreh raus. Haben wir noch genug. Guck mal, wir haben immer noch genug. Wir sind nicht aus Stock. Ja, von irgendwas, aber ist auch egal. Also. Ist halt, ja, keine Ahnung. Machen wir mal die Garagen hier auch mal weg. Ist eigentlich total lame, was da rauskommt, aber die nerven eh nur. Also, das würde ich gerne behalten, so. Und die Häuser sind vielleicht zu klein. Glaub ich. Pass auf, die machen wir jetzt mal weg. Machen wir mal so erstmal. Türme brauchen kein Reparado. Der Turm braucht Reparado. Ein Turm braucht Reparado. Ich gebe durch. Ein Turm braucht Reparado. Oh nein. Operation Reparado einleiten. Operation Dieter Beinfurt ist ein Fehlschlag. Hat nicht funktioniert. Dann gehen wir losfahren. So, ich muss aber schon aufhören. Mann, das geht schnell, oder? Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wie immer, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen, dann lasst es mir sehr. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute. Ich bin ein bisschen kaputt, das merkt man aber, ne? Haut rein. Ich bin ein bisschen kaputt.